Da bin ich wieder. Ich hab hier irgendwie SZG und Escape gedrückt. Damit macht er das Spiel aus. Ähm, F ist erste Hilfe. Okay. Boah, wie lange dauert das denn? Alter, also so bringen wir das halt gar nicht. Voll. Ja, ist der Hammer. Ich bin... Nee, ist der Wahnsinn. Ja, machen wir die letzte Mission. Brauchen Sie noch etwas? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Ich habe gehört, dass Ahern eine Spezialmission erstellt hat. Fürs Protokoll, ich bin dagegen, die Sicherungen zu deaktivieren. Ich werde das schon überstehen. Und was ist mit meinem Simulator? Ich werde ihn wochenlang reparieren müssen. Ja, ja. Das wird ein Spaß. Ich sage das nicht sehr oft, aber... Viel Glück. Ich nehme einfach die andere wieder. Ich habe einfach halt gerade echt keine Lust mehr. Ich will die richtige Mission. Ich habe auch schon den normalen... Ich habe auch schon den normalen... Gut ist auch, dass die immer so direkt vor mir spornen. Gut ist auch nichts. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Gut ist das. Gut ist das. Ich weiß nicht. Was ist in englisch stattgefunden? Oder dann ist Beat dann noch? Oder ist Beat dann noch wieder was anderes? Beat ist ja eigentlich stark. Ah, 4 Minuten geht diese Folge etwa noch gut. Wir haben auch immer aus dem selben Loch geguckt, das ist wie bei COD, wenn du da unendlich die Gegner bilden. Das ist einfach so ein Händen, wenn du in meiner selben Stille bleibst. Ich könnte es dementsprechend so nie mit dem Vorstück machen. Ich kann immer, ich könnte hier stehen bleiben und die ganze Zeit hier entzielen. Gute Arbeit, Shepard. Ein guter Anführer ist dein Team nie im Stich. Jetzt habe ich den Skill nicht. Wollt ihr mich veräppeln? Äh... Was hatte ich denn nochmal das andere? Das war... Ach, Herr Schmeicheln, genau. So geht das! Achtung! Sie haben eines ihrer Truppenmitglieder verloren! Gute Arbeit, Shepard! Echt, ich freu mich. Ich merke das. Das ist der Wahnsinn. Der ist fertig! Wauw, guter Schuss! Ah, ist schon wieder da. Ja, warum auch nicht, äh, ne, man kann das Ding ja auch einfach ignorieren, dass ich das verwende. Damit hat er nicht gerechnet. Das ist der Shepard. Machen Sie sie fertig. Einmal die Waffe überhitzt und ich kann's, äh, vergessen. Nein, das hat bestimmt wehgetan. So geht das. So. Ei, ei, ei. Da zieht das Brawn auch echt viel zu verhandeln. Also, unrealistisch viel. Das kann ja eine schwere Mission sein, aber das, äh... Äh... Achtung! Sie haben eines ihrer toten Mitglieder verloren. Die sind richtig gut. Mitglieder. Guck mal! 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 Dass ich das noch erleben würde. Gute Arbeit, Shepard. Sehr gute Arbeit. Aber wie geht's nun? Ich sage nicht, dass ich besser als Sie bin. Also... Schon gut. Ich weiß, was ich verloren habe. Ich wünschte, Sie wären schon im Erstkontaktkrieg dabei gewesen. Sie hätten viele Menschenleben retten können. Und da ich mein Wort halte, gehört Ihnen jetzt mein Ruhesitz. Zu schade. Jetzt, wo Sie das Szenario überstanden haben, habe ich fast das Gefühl, in Rente gehen zu müssen. Gibt's noch andere Visionen? Gibt es noch mehr Spezial-Szenarien? Bis jetzt nichts Neues. Sie können aber jederzeit wiederkommen und die alten Szenarien durchgehen. Naja, ganz bestimmt nicht. Wir haben den Scheiß geschafft, Leute. Den größten Scheiß, den sie das Spiel zu bieten hat. Bis dann. Tschüss.